Und wir bewegen uns mit großer Geschwindigkeit. Und wir brauchen natürlich, wenn man das tun will, muss es zwingend die Schublade geben, in die man diese Abweichler steckt. Denn sonst, wenn man denen nichts mehr vorwerfen könnte, dann gäbe es ja auch gar keinen Grund, die zu denunzieren. Also muss man etwas zum Denunzieren finden und erklären. Und das erleben wir übrigens auch ganz stark im Moment in Österreich in einer Bewegung. Wirst du bestimmt auch als Regen haben. Vielleicht magst du die vorziehen. Passt irgendwie, oder? Das passt sehr gut. Ja, es sind ganz viele Leute verhaftet worden. Ich finde es jetzt nicht so schnell. Aber es war eine große Aktion mit, ich weiß nicht, 500 Polizisten. Da wurde gegen, ich glaube, Staatenbund Österreich. Verfassungsgebende Versammlung nennen sie sich, glaube ich, immer auch. Auch, ja. Aber ich glaube, die gehören irgendwie zusammen. Aber ich habe gehört auch von 26 Staatsverweigerern bei Großeinsatz festgenommen auf diepresse.com. Nun sollte man eines wissen, um das vielleicht zu sagen, um das auch wirklich zu differenzieren. Aus Sicht des Staates ist das natürlich ein Problem. Ja. Also jemand Einzelner, der seine Rechte zurückverlangt, das ist die eine Sache, sozusagen. Aber den Staat, ich sage es jetzt in aller Deutlichkeit, herauszufordern, sozusagen, und zu sagen, wir übernehmen das, das führt zweifellos natürlich immer wieder dazu, dass diejenigen, die im Moment an den Hebeln der Macht sind, diese Fester umklammern. Das zeigt aber natürlich auch, energetisch betrachtet, wo wir bereits stehen. Also mit anderen Worten, jetzt kommen ganz klar Übergriffe in dieses System von beiden Seiten, sozusagen. Und das muss sein. Das ist sehr, sehr wichtig, weil einfach das ein Ausdruck ist, dieser momentan gärten und nach oben kochenden Energie. Ja, ich habe gehört, dass da eben diese Gruppen teilweise auch gespalten sind. Es gibt eigentlich welche, Monika Unger wurde da erwähnt, die soll wirklich gesagt haben, wir müssen Richter und Staatsanwälte vor Gericht zehren, sozusagen vor ein Naturrechtsgesetz oder was auch immer. Haben also Ladungen verschickt und haben gesagt, wer nicht erscheint, wird mit der Militärpolizei vorgeführt. Das war für einige andere natürlich auch schon zu weit vorgeprägt, weil das natürlich auch nicht so hingenommen werden kann vom Staat. Also heute haben wir mehr als beabsichtigt, dieses Thema offenkundig irgendwie, wie gesagt, gar nicht beabsichtigt von mir. Aber wir können das so nicht im Raum stehen lassen, ohne noch eine wichtige Information weiterzugeben. Auch aus unserer Verantwortung heraus wirklich niemand dort in eine Not kommen zu lassen. Also wenn ich heute jemanden beraten würde, der gar nichts weiß, dann würde ich dem als eines der wichtigsten Dinge sagen, es ist sehr, sehr wichtig, dass du nicht in den Verzug kommst. Weil ein Verzug, der dich sozusagen in eine bestimmte Rechtsposition stellt, etwas ist, das ganz häufig beinahe unbemerkt geschieht und was auf einmal eine Voraussetzung schafft, die zu heilen, äußerst schwierig ist. Und der Basis, eine Basis des Verzuges, eine Basis des Verzuges oder eine Auswirkung kann eben auch in dem Zusammenhang die Entehrung sein. Mit anderen Worten, wenn ich jemanden entehre, dann hat der das Recht, die Heilung zu verlangen. Das mag völlig absurd klingen und jemand sagt, ist mir aber alles egal, mich interessiert das nicht. Aber nach dieser Struktur ist hier sehr viel aufgebaut. Und wir müssen einfach verstehen, was eine Entehrung ist. Und vielleicht nicht mehr als zwei, drei Minuten. Ich weiß, dass du sowieso nach dieser langen Sendung immer noch viel zu tun hast und wir noch viele Themen haben. Aber ich glaube, es ist einfach von enormer Bedeutung. Denn die Entehrung zu vermeiden, ist eine ganz gute Sache. Und am Anfang, wenn du davon hörst, hast du möglicherweise das Gefühl, dass man dich ein bisschen kastriert und dir deine gerade in dir nach oben kommende Energie abgräbt, indem man sagt, beispielsweise argumentiere nicht. Das wäre nämlich ein solcher Hinweis. Argumentiere nicht. Akzeptiere, dass der andere einfach in diesem Spiel nach seinen Regeln spielt. Und wenn ich heute vor ein Gericht gehe und sage, sie sind ja gar kein Richter, dann ist das natürlich auch von mir aus seiner Sicht, der dieses Spiel spielt, eine Anmaßung. Ich kann natürlich sagen, gut, sie sind kein Richter nach diesen und jenen Regeln, die mir dort bekannt sind. Aber auch das kann ich natürlich nur mit der Einschränkung sagen, soweit ich weiß. Weil de facto kenne ich nur das, was mir vorliegt. Das mag alles stimmig sein und richtig sein, aber aus der Perspektive dieses Richters ist es eine Entehrung. Und damit gibst du ihm etwas in die Hand, was du ihm gar nicht in die Hand geben musst. Und das ist etwas, was von großer Bedeutung ist. Und ich glaube, es ist einer der zentralen Fehler, die im Moment gemacht werden, dass man über etwas diskutiert, worüber man besser nicht diskutiert. Wenn ich heute nach meinem Verständnis beispielsweise dem Finanzamt vielleicht mitteile, dass möglicherweise eine Steuerpflicht gegenüber der Person besteht, aber eben nicht gegenüber dem Mann. Und das Finanzamt das einfach ignoriert und dann eben wieder neu etwas schickt. Und ich das dann annehme, indem ich selber mir es eben dann ansehe und darauf reagiere und dann vielleicht schreibe, naja, ich habe ihm aber ja schon geschrieben, dass ich sehe das anders. Und im Übrigen ist auch die Schätzung viel zu hoch. Ich habe dieses Beispiel schon mal genannt. Dann hören wir sofort heraus, das passt nicht zusammen. Entweder gilt das eine und es gilt für mich gar nicht oder es gilt das andere. Und genau in dieser Zwischenstellung, da befinden sich sehr viele Menschen dadurch, dass sie auf einmal über etwas diskutieren, was nicht unsere Sache ist. Mit anderen Worten, auch gar nicht unsere Sache sein muss. Und du machst es dann zu deiner Sache und du betrittst ein Feld, in dem du besser es erst dann betrittst, wenn du genauer weißt, welche Werkzeuge du bei dir trägst, wie du dort auftrittst, wie du auf einmal wieder Dinge unter deine Kontrolle bringst. Solange du das nicht kannst, stell Fragen. Und zwar stelle wirklich Fragen oder stipuliere etwas und sage, nach meinem Verständnis ist das so und so. Bitte, wenn das nicht so ist, widerlegen Sie mir das. Aber höre auf mit diesen Vorstellungen, die allzu leicht uns in eine Position bringen, die von der anderen Seite nur gewollt ist. Denn eines, und das ist auch noch etwas, die Entehrung schafft dir mehr Rechte. Also Joe, auf dem alten Segelschiff, auf dem ich Offizier bin in meinem Beispiel, ist mir einfach sympathischer jetzt. Und du bist ein Matrose. Lasse ich dich auspeitschen, nicht weil du das Brot gestohlen hast, sondern weil du, nachdem ich dich beschuldigt habe, sagst, das habe ich gar nicht gemacht. Dann sage ich so, du untergräbst meine Autorität. Du sagst, das stimmt nicht. Dafür lasse ich dich auspeitschen. Jetzt gibst du mir einen Grund. Und das ist genau das, was hier geschieht. Und viel wird wirklich aus dieser Perspektive heraus auch an kommerziellen Mitteln dadurch geschaffen. Der Staat schafft sich Mittel aufgrund solcher Möglichkeiten, Entehrung. Und hier sehen wir wieder, wir brauchen keine Anarchie im Sinne einer Revolution. Anarchie meine ich im eigentlichen Sinne, wie es verstanden wird. Nämlich weg von einer uns übergeordneten Regierung, sondern im besten Falle zu einer Ordnung durch eine zentralisierte Verwaltung vielleicht. Wir brauchen da keine Revolution, sondern wir brauchen einfach nur eine Verweigerung. Ein Abbau unserer ständigen Zurverfügungstellen von Energie, das andere einfordern. Einfach, weil sie uns etwas zuordnen. Und wenn ich jetzt darüber diskutiere, ob das richtig zugeordnet ist oder falsch, oder ob er das auf einem anderen Formular hat oder hätte unterschreiben sollen, das ist müßig. Es ist müßig. Es spielt gar keine Rolle, ob er es unterschreibt oder nicht. Hat er überhaupt ein Recht? Und dann stelle ich besser Fragen, bis ich weiß, wie die Antworten wirklich sind und ich dann mit meinen entsprechenden anderen gewonnenen Kräften agieren kann. Ja, das ist also ein ganz wichtiger Hinweis, dass man da nicht leichtfertig einen Fass aufmacht, weil man denkt, man hat jetzt was verstanden, wenn man es nicht wirklich verstanden hat. Und es ist wirklich ein Prozess, da hinzukommen, auch in die Konfrontation zu gehen, ohne es zu wissen, dass man da Fehler macht und sich lieber ein bisschen zurückzunehmen. Wir müssen Stärke zeigen, um das vielleicht nochmal in aller Deutlichkeit so, ich wollte dich nur deswegen unterbrechen, um diesen wichtigen Aspekt nicht untergehen zu lassen, wenn das für dich okay ist, hoffe ich. Diese Stärke, uns nicht alles gefallen zu lassen, das bleibt dir nicht nur ungenommen, sondern das ist das Allerwichtigste, darauf basiert alles. Das war vorhin mein Hinweis, auch im Kontext mit den Ahnen, du musst dir ja deiner Wurzeln wieder bewusst werden. Aber warum diskutierst du über etwas, was nicht das deines ist? So ist es. Wenn in Timbuktu es eine Regel gibt, dass Kaugummi-Kauen unter Strafe steht, na ja, dann fahre ich entweder nicht hin oder ich kau eben kein Kaugummi, aber ich werde nicht diskutieren darüber. Ja.